Hallo, schön, dass du dich für eine Kanalmitgliedschaft auf meinem Kanal interessierst. Das freut mich sehr und du wirst jetzt merken, es ist etwas anderes als auf vielen anderen Kanälen, denn ich lasse die Bezahlschranke weg. Aber ich biete trotzdem eine Menge und ich möchte gerne, dass du eine Kanalmitgliedschaft abschließt, weil du sagst, das unterhält mich, das informiert mich oder das lädt zum Mitmachen ein. Und du sollst eine Kanalmitgliedschaft nicht abschließen, weil ich dich mit irgendwelchen Dingen locke, wie ich verstecke irgendwas hinter einer Bezahlschranke und nur das kannst du sehen, wenn du auch hier bezahlst. Auf diese Schiene werde ich mich nicht begeben und deswegen bitte ich dich, sei fair. Ja, was bekommst du auf meinem Kanal? Wenn du hier Mitglied werden willst, dann weißt du es ja wahrscheinlich schon. Es gibt Let's Plays auf meinem Kanal, die ich immer mit sehr viel Liebe schneide und auch wie Hörspiele produziere, damit du sie auch auf deinem Podcast hören kannst. Es gibt Eindrücke aus ganz, ganz vielen verschiedenen Büchern, auch aus Alten, aus Neuen und ich bewahre das Alte und ich schätze das Neue in meinen Buchschauvideos. Es gibt Talks mit ganz vielen interessanten Menschen, Verlagsmitgliedern, Redakteuren, Chefredakteuren und so weiter. Es gibt Interviews, es gibt Livestreams auf meinem Kanal. Ich mache natürlich eine Kaufberatung, indem ich dir die Bücher zeige und du daran sehen kannst, ob es sich für dich lohnt oder nicht. Vielleicht hast du ja auch schon mal Geld gespart oder ein tolles Produkt gefunden. Dann lag das natürlich auch an meiner kleinen Kaufberatung. Viele meiner Inhalte präsentiere ich dir auch als Podcast. Ich verlinke das auch unter diesem Video, denn es ist einfach ein Zuschauerservice. Das mache ich extra obendrauf, damit verdiene ich auch nichts. Und ich schreibe in meinem Webshop www.dance-abenteuerwelt.de einen Blog, den du auch kostenlos konsumieren kannst. Warum mache ich denn jetzt auch dieses Video, wenn ich keine Bezahlschranke mache? Denn ich möchte fair sein. Ich zeige dir jetzt mal die Einnahmen, die ich durch YouTube generiere in einem normalen Monat mit viel Arbeit, mit vielen Videos. Das siehst du hier, das sind im Schnitt 20 Euro pro Monat, die ich verdiene. Jetzt schau dir mal an, wie viele Videos, Podcasts, Blogs und so weiter ich präsentiere. Und da stimmt das Verhältnis natürlich nicht. Und da ich mich natürlich mit meinem Webshop selbstständig machen will, kannst du auf viele verschiedene Weisen mich unterstützen. Nicht nur über diese Kanalmitgliedschaft. Du kannst auch gerne in meinem Webshop was einkaufen, dann bekommst du eine Gegenleistung dafür. Das würde ich natürlich am meisten schätzen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel auch kein Geld für eine Kanalmitgliedschaft ausgeben willst, kannst du trotzdem unterstützen, indem du die Videos kommentierst. Und zwar jedes Video, indem du jedes Video auch bis zum Ende durchlaufen lässt oder anschaust und indem du likest. Diese drei Dinge sind einfach wichtig für YouTube und so kannst du ohne eine Mitgliedschaft trotzdem mich unterstützen. Ansonsten wäre es halt schon schön, wenn du eine Mitgliedschaft machst, einfach nur um mir einen Ausgleich zu geben für die Arbeit, die ich reinstecke. Und das sind mittlerweile tausende, unzählige Stunden, die in diesen YouTube-Kanal und in viele andere Dinge geflossen sind. Zu den Preisen mache ich es ganz kurz. 2,99 Euro, 4,99 Euro und 9,99 Euro. Das sind die Stufen, die es gibt. Für alle bleiben die Videos dadurch, dass du eine Kanalmitgliedschaft machst. Kostenlos. Und du bekommst die Emojis. Also mein Logo als Emoji. Wie gesagt, ich biete mittlerweile über 1500 Pen & Paper Videos, in denen ich Sachen vorstelle, die es sonst im Internet einfach nicht mehr geben würde. Alte Sachen, neue Sachen, Let's Plays, Unterhaltung, Talks, Streams, Vlogs und vieles mehr. Also ich würde mich freuen, wenn du ein Unterstützer dieses Kanal werden würdest. Und ich hoffe, du schaust auch mal in meinem Webshop vorbei. Wenn nicht, Citizens Age, first nämlich. Käse zurück. Musik Vielen Dank.